Kevin Ruschel, der Sänger der Bösen Onkels, hat in einem Interview mit unser Tirol24.com neulich gesagt Yo, es wird wahrscheinlich kein Böse Onkels Album mehr geben, keine neuen Lieder, keine neuen Tracks, keine neuen Songs. Ja man, ich hab damit gerechnet, irgendwann kommt der Tag. Allerdings, die Begründung, weswegen sich die Band dafür entschieden hat, ist eine absolute Frechheit den Fans gegenüber. Freunde der totalen Sonnenfinsternis, willkommen zurück bei Medachemie. Weg für euch am Mikrofon, ich freue mich mega, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn eigentlich freue ich mich sehr gerne, über die Bösen Onkels hier sprechen zu können. Ihr wisst, dass ich gerne ihre Musik höre und die Band auch irgendwie auf ihre Art und Weise, ja, fast schon faszinierend finde. Umso größer war für mich der Schock, als ich gelesen habe, dass Kevin Ruschel gesagt hat, Ey, Leute, so wie es aussieht, wird es kein Böse Onkels Album mehr geben. Das genannte Interview erschien bei unser Tirol24.com. Ich habe den Link für euch unten in der Beschreibung gesetzt. Habe ich es vergessen, denn ich habe ein gutes Gedächtnis, allerdings ein sehr kurzes. Erinnert mich nochmal kurz in den Kommentaren daran und dann haue ich euch den Link dort rein. Dann könnt ihr euch das alles nochmal ganz in Ruhe durchlesen. Ja, Hauptthema war, ihr habt es mitbekommen, Kevin Ruschel hat ein Buch veröffentlicht, eine Autobiografie und, ja, Oh, darüber wurde gesprochen. Natürlich kam auch das Thema Böse Onkels auf den Tisch und, ey, wie sieht eigentlich die Zukunft aus? Und da gab es eine Aussage, aber ey, lasst mich mal etwas kurz ausholen. Denn es gab auch schon vorweg eine sehr interessante Frage. Vor allem blieb dein exzessiver Drogenkonsum, ja, nicht ohne Folgen. Du warst für deine Bandmitglieder nicht mehr tragbar und es kam zur Auflösung der Bösen Onkels. Stefan und Gonzo schlossen für viele Jahre ein Comeback der Onkels sogar rigoros aus. Selbst in Songs und Interviews wurde das immer wieder untermalt. Wann war eigentlich der Moment gekommen, als diese festgefahrenen Überzeugungen zu bröckeln begonnen haben? Das finde ich hier schon eine unglaublich spannende Frage. Klar, wir haben das so ein bisschen mitgekriegt als Fans, aber das jetzt nochmal intern herauszuhören. Das Ganze nahm seinen Lauf, als mich Stefan und P in der Therapie besucht haben und dort zum ersten Mal einen wirklich drogenfreien Kevin Rushall erlebt haben. Und ich habe es denen angemerkt. Das muss für die beiden so bewegend gewesen sein, dieser Moment. Dann kam ganz natürlich dieser Gedanke einer Wiedervereinigung plötzlich auf. Auch bei mir. Und alleine dieser Gedanke hat schon gereicht, um etwas auszulösen. Aha, da kam der Stein ins Rollen. Ich weiß, dass ich auf der Homepage oder auf Social Media da irgendwas gesehen habe, dass sie ihn dort besucht haben. Und damals hatte ich auch schon das Gefühl, okay, das sieht irgendwie aus nach einem Motto, wir finden uns da gerade. Als ich aus der Therapie entlassen wurde und mein neues Zuhause hier im lieblichen Taubertal gefunden habe, wo ich dann auch meine ersten Solo-Pfade mit Veditas Maximus gewagt habe, da haben Stefan, Gonzo und P aus der Ferne alles ganz genau beobachtet und überlegt. Auch, weil sie gesehen haben, dass ich lange schon keine Rückfälle mehr hatte und es wirklich ernst meine. Erst dann war wirklich klar, dass wir uns irgendwann mal hinsetzen müssen, um ganz offen zu reden. Das war 2013 im Oktober, glaube ich. Da haben wir uns dann mal richtig ausgesprochen und überlegt, ob ein Onkels Comeback denn im Bereich des Möglichen liegt. Und tatsächlich, es hat sofort wieder geknallt. Eigentlich gab es keine große Diskussion, sondern wir haben dieses Comeback schon fast geplant und zuvor schon im Kopf durchgespielt. Im nächsten Schritte musste man dann auch überlegen, wo, was, wie, machen wir das jetzt wirklich? Yo man, krass. Die Onkels sahen einen ganz neuen Vorwurf damals entgegen. Ich kann mich erinnern, wie viele damals geschimpft haben. Leute, euch geht es hier nur ums Geld. Ihr habt gesagt, wir trennen uns, das war's. Das waren eure Worte und jetzt haltet ihr nicht mal eure eigenen Worte ein. Hier geht es um die Kohle. Und ganz ehrlich, ich habe die Onkels dabei immer verteidigt. Denn meine Meinung war, natürlich geht es um die Kohle. Es ist ihr fucking Job, Mann. Es ist ihr fucking Job. Aber, scheiße nochmal, solange die Bock da haben, solange die Feuer haben und kreativ sind, alter, dann wird es sich auch lohnen. Dann will ich mehr Material haben. Denn ich als Fan, natürlich, die alten Nieder, cool, kann ich immer wieder anhören, aber irgendwann ist es auch ausgelutscht. Ich brauche neues Material und meine Fresse, wenn sie Bock haben, haut die Scheiße raus, Mann. Sie haben Bock auf ihr Job, sie erledigen ihr Job, die sollen mein Geld kriegen. Kein Ding, Mann. Man hört uns nicht aus Zufall. Das war ein Zitat aus irgendeinem Track von denen. Ich kann mich jetzt auch so spontan nicht entsinnen, aber ey, genau so ist es, Mann. Die Onkels stehen für mehr als nur Rockmusik. Die Onkels, das ist eine persönliche Beziehung. Sie erzählen aus dem Leben, sie erzählen aus ihrem Leben, man kann sich mit ihnen identifizieren, denn das sind Leute wie du und ich. So baut man seltsamerweise irgendwie eine Beziehung auf, eine persönliche Beziehung zu dieser Gruppenstruktur namens die Bösen Onkels. Natürlich ist uns als Fans klar, wir haben keinerlei persönlichen Bezug zu Stefan, Kevin oder sonst was. Aber diese Gruppe, die sie konstruiert haben, die Bösen Onkels, dazu haben wir einen persönlichen Bezug. Nicht nur aufgrund der Texte, sondern aufgrund vieler Konflikte, die damit einhergehen. Mit dieser Band hast du nicht viele Freunde. Damit meinten sie wahrscheinlich sich selber in der Textzeile. Allerdings trifft das auch auf uns Fans zu. Wie viele Fans sind damals im Konflikt gekommen, weil sie die Bösen Onkels hören? Wie viele Fans mussten sich anhören, dass sie Nazis sind, rechte Schweine oder sonst was sind? Und nichtsdestotrotz haben sie nicht nur ihren eigenen Standpunkt verteidigt, nein, sie haben auch die Band verteidigt und ihren Wandel. Ich finde das fantastisch, wie meine Kamera mich ständig heller und dunkler macht, obwohl ich das alles schon deaktiviert habe. Ja, das ist fantastisch. Okay, jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift. Aber damals gab es den Vorwurf, hatte ich ja gerade erwähnt, den Bösen Onkels geht es nur darum, wieder Kohle zu schäffeln. Ich habe gerade gesagt, ja, meinetwegen, why not, ist ihr Job. Aber solange die Bock auf diesen Job haben und abliefern, sollen sie ihr Geld kriegen. Und da kam auch die Frage direkt, das heißt also, es lautete einfach nur die Devise, hey, Kevin ist wieder fit, wollen wir uns wieder gründen? Kann man das wirklich so beschreiben? Natürlich spielen auch finanzielle Aspekte eine Rolle. Ist doch ganz klar. Wenn du so ein Apparat wie den der Böse Onkels wieder an den Start bringst, nach fast neun Jahren. Jeder denkt da natürlich auch, hey, die Zukunft ist dann aber auch gesichert. Das ist logisch, ich sehe darin auch nichts Verkehrtes. Aber das war nicht der Hauptgrund der Reunion. Ich sehe darin auch nichts Verkehrtes. Es ist ihr Job. Und wenn ich mit meinem Job meine Zukunft absichern kann, okay. Aber wenn mein Job die Emotionen der anderen erreichen soll, ja, dann muss ich auch mit Leidenschaft rangehen. Und da sagt er es auch. Aber das war nicht der Hauptgrund unserer Reunion. Das war für mich persönlich wirklich dieses geile Gefühl, endlich wieder gemeinsam mit den Jungs auf einer Bühne zu stehen. Und das vor allem nüchtern. Gut, ich habe vielleicht zwei, drei Bärchen drin, aber das ist rein gar nichts im Vergleich zu vorher. Und das war eigentlich mein persönlich wichtigster Ansporn, es jetzt erst recht allen zu zeigen. Da haben viele auch gemeckert. Ey, Kevin, du zeigst es uns gar nicht, denn du bewegst dich gar nicht auf der Bühne. Du erscheinst irgendwie müde und völlig außer Form. Das wird im Interview auch angesprochen. Natürlich auch seine Krankheit COPD. Was natürlich verhindert, dass er jetzt nicht wie ein junger Gott durch die Bühne hüpfen kann und was weiß ich dort was machen kann für Kunststückchen. Nein, man braucht das bisschen Luft, was man noch hat in der Lunge zum Singen. Das kann ich auch noch absolut nachvollziehen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, weswegen ich das Video hier mache. Die Onkels werden in diesem Jahr, wenn ich richtig mitgerechnet habe, sage und schreibe 44 Jahre alt. Ihr habt als Band ja Millionen von Tonträgern verkauft. Die Fans rennen euch nach wie vor die Bude ein. Konzerte sind mit zehntausenden Fans pro Abend permanent ausverkauft. Setzt man sich da eigentlich noch Ziele, die man erreichen möchte? Sei es jetzt mit der Band, wie auch privat für dich. Jo Mann, ich kann mich erinnern, ich wollte mit drei Kollegen zum Onkels-Konzert. Fing ist es, Mann. Wir haben keine Karte gekriegt, ne? Nein, ich meine, guck mal. Man muss auch zugeben können, dass die Zeit endlich ist. Die Leute, die geschäftlich mit uns arbeiten, verlangen nicht, aber sie fragen auch nach. Ob wir zum Beispiel noch eine CD machen wollen oder sowas. Wir als Band sind zumindest am Wochenende einvernehmlich zu dem Schluss gekommen. Er hat vorweg gesagt, sie haben sich auf Mallorca zu einem Band-Meeting getroffen. Dass es wahrscheinlich keine neue CD oder ein neues Album der Onkels geben wird. Wir werden aber mit fetten Konzerten so lange weitermachen, wie wir können. Ja, gerade war noch im Gespräch, dass es langsam nicht mehr wird. Und dass man bei weitem nicht mehr so performen kann auf der Bühne wie Anno Dano. Jetzt muss man aber auch sagen, Gonzo war bei dem Treffen leider verhindert. Der kriegt also noch ein Protokoll von unserem ganzen Wochenende. Da muss man jetzt noch warten, ob er das genauso sieht. Aber im Grunde gehe ich im Großen und Ganzen davon aus. Weil wir sind jetzt alle über 60 und das ist dann auch okay. Ja, Mann. Gut. Also erstmal entzaubert das so ein bisschen die Onkels. Man merkt natürlich, da ist auch ein Geschäft dahinter. Es geht ums Geld. Selbstverständlich ist okay. Ist ja auch ihr Job. Aber man trifft sich, redet über das Geschäft und macht ein Protokoll. Einer ist verhindert wegen irgendetwas. Und ja, der kann im Nachhinein immer noch darüber abstimmen. Aus der Ferne. Irgendwo sitzt er kilometerweit entfernt und die anderen drei sagen, Jo, wollen wir noch eine CD machen? Nee, wir machen keine CD. Komm, wir schicken dir mal ein Protokoll. Ach, das stimmt bestimmt zu. Ja, das stimmt bestimmt zu. So, zack. Bums. Oh, ja, die Onkels, wo ich jahrelang mein Herzblut reingeschmissen habe, die wollen keine neuen Lieder mehr schreiben. Okay. Leute, das ist einfach viel zu stumpf. Das ist dieser Band wirklich nicht würdig. Das ist doch lächerlich. Wirklich. Aber es kommt noch besser. Es kommt noch viel besser. Ich will euch nicht zu viel versprechen, aber es kommt besser. Dann werdet ihr meinen Missmut wahrscheinlich auch besser verstehen. Ein Tonträger ist ohnehin nicht mehr lukrativ. Weil, wie du weißt, die Absatzzahlen in den Geschäft sind stark in den Keller gefallen. Und der Aufwand, das alles zu produzieren, kostet im Endeffekt mehr, als du damit reinspielst. Das lohnt sich daher schon gar nicht mehr. Leider. Dieses Geschäft ist kaputt gemacht worden durch das Internet. Ja, Freunde, das scheiß Internet. Früher war alles besser. Geht in den Keller, holt die Röhrenfernseher raus. Endlich wieder Schwarz-Weiß-Fernsehen. Und CDs, ja, die brauchen wir auch nicht mehr. Wir brauchen nur noch Vinylplatten und so ein Grammophon, welches wir mit der Hand ankurbeln. Allein dieser Gedanke. Freunde, ich habe eine Band seit drei, vier Jahren. Metachemie. Wir machen gemeinsam Musik. Und wenn ich mir vorstelle, Michel und Ryan treffen sich und irgendwann bekomme ich da eine WhatsApp. Ey, schau mal in deine E-Mails. Da hast du ein Protokoll. Ich lese mir das Protokoll durch. Wir haben keinen Bock mehr auf neue Lieder und weiterzumachen und kreativ zu sein. Und ach, um neue Musik zu machen. Ich würde einen Herzinfarkt bekommen. Mir ist diese Band so unglaublich wichtig. Mir ist Metachemie so unglaublich wichtig. Und wenn ich mir vorstelle, dass diese Kollegen davon ausgehen, dass ein Gonzo sich dann das Protokoll durchliest und dann über diesen Satz stolpert und denkt, Yo, ich habe da jahrelang mein Herzblut reingeschmissen. Ach, fuck off, was soll's. Da machen wir halt nicht weiter. Wem interessiert's, wem juckt's? Ah, ich gehe jetzt mal, ich gehe jetzt, ich schiebe mir jetzt ein Porno rein und hole mir einen runter. So, darauf habe ich jetzt Bock. Scheiß auf die Onkels. Ganz ehrlich, wenn Kevin schon davon ausgeht, dass Gonzo so reagiert, was bedeutet Gonzo diese Band eigentlich noch? Und ich gehe davon auch aus, dass diese drei von sich selber auf andere schließen. Ich gehe auch davon aus, dass den drei das wahrscheinlich gar nicht mal mehr so an Herzen liegt, irgendwie weitermachen zu wollen. Was ist den Mitgliedern dieser Band eigentlich noch wert, wenn es nicht mehr dieses Gefühl ist, nochmal auf die Scheiße zu hauen, nochmal irgendwie einen geilen Text rauszubringen, nochmal eine coole Melodie zu schaffen? Weiter im Programm. Wir haben sogar eine aktuelle Zahl. Böse Onkels wurden. Und jetzt halte ich fest, eine Milliarde, 385 Millionen mal gestreamt. Alter, das ist top. Eine Milliarde und 385 Millionen. Das ist krass. Die Zeiten, wo die Leute in einen Laden gegangen sind, um sich eine Plade zu holen, diese Zeiten sind vorbei. Leider Gottes ist es auch so. Man kann es gut finden, man kann es schlecht finden. Tatsache ist, so ist das heutzutage nun mal. Das hat er richtig festgestellt. Und deswegen, wir fokussieren uns jetzt auf Live-Events, um den Leuten wirklich was zu liefern. Wie will er denn bei dieser Live-Show wirklich überzeugen, wenn er selber sagt, ey, die Zeiten sind vorbei. Ich muss mich voll und ganz auf meine Stimme fokussieren. Hier sagt es, natürlich bin ich nicht mehr der junge Gott. Ich bin jetzt 60 und hüpfe auch nicht mehr auf der Bühne herum, was einige bei der letzten Tour bemängelt haben. Da heißt es, ich würde mich zu wenig bewegen und da nur rumstehen. Ja, das hat schon seinen Grund, warum ich da nur herumstehe. Damit muss man sich mittlerweile anfreunden. Dass ich hier nicht mehr von A nach B rumwandere, ist klar, das geht nicht mehr. Das will und brauche ich auch nicht, weil ich mich auf meine Stimme fokussieren möchte. Ja, dass diese gut rüberkommt und die Leute einen geilen Rushel haben. Ja, Freunde, aber gleichzeitig wird auch gesagt, wir fokussieren uns auf die Live-Events, um den Leuten richtig was abzuliefern. Ja, was denn? Das heißt, okay, man ist nicht mehr körperlich in der Lage, man ist 60 Jahre alt. Gut, verstehe ich. Dann kann man ja noch Show abliefern. Irgendwelche Special Effects, besondere Bühnen, Aufbauten. Aber hey, wir haben gerade erst gelernt, die bösen Onkels schauen jetzt ins Portemonnaie. Was rentiert sich? Wenn die Show sowieso ausverkauft ist, sollen sie noch großartig Geld in diese scheiß Show investieren. Freunde, irgendwie kann ich diese ganze Sache gerade hier null abkaufen. Ist es das, worum es der Band geht? Soll es nur noch um Geld und Finanzen gehen? Nochmal, Onkels ist auch eine emotionale Geschichte. Damit meine ich nicht nur Onkels, Freunde, ich meine Musik im Allgemeinen. Kunst wie Filme, Musik und von mir aus auch Theaterstücke, Bücher, Games. Ja, auch Games. Das sind Kunstwerke, die haben Emotionen bei jemandem ausgelöst. Wenn ich daran denke, was hat Resident Evil alles bei mir ausgelöst? Ja, man sieht das gar nicht. Aber ich habe hier zum Beispiel diese Sammlerketten-Säge und ist scheißegal. Aber Kunst löst bei dem Konsumenten Gefühle aus. Denn der Verursacher dieser Kunst, der hat auch eine gewisse Inspiration dafür gesammelt. Denn er setzt etwas auf die Welt, was es vorher nicht gegeben hatte. Und das funktioniert nicht durch irgendwie irgendetwas. Ja, man, dafür braucht man auch Liebe, Zeit und Arbeit. Kurzum, die Onkels haben Emotionen geliefert. Wir haben diese Emotionen konsumiert. Und als es den Onkels immer wieder an den Kragen ging, durch Presse, durch Gesellschaft, durch was weiß ich was, Boykotte, wir standen den Onkels zur Seite. Wir Fans und wir Fans haben nicht gefragt, ey, lohnt sich das denn finanziell für uns, dass wir den Stefan Weidner oder den Kevin Ruschel vor irgendwelchen Spinnern argumentativ verteidigen? Ob ich zum Beispiel hier auf YouTube auch diese Band nicht nur einmal verteidigt habe, ja, und dafür irgendwelche Gewaltandrohungen von irgendwelchen Spinnern gekriegt habe, per Mail? Leute, habe ich mich dann gefragt, ob sich das finanziell lohnt? Nein, habe ich natürlich nicht, ja? Hast du dich vielleicht gefragt, als diese Band niedergemacht wurde? Und das hat dir natürlich dann auch irgendwo wehgetan, denn es gibt diese persönliche Beziehung zu diesem Gruppenkonstrukt Böse Onkels, nicht die persönliche Beziehung zu den Mitgliedern. Nochmal, diese persönliche Beziehung zum Gruppenkonstrukt Böse Onkels. Wenn dich das dann fertig gemacht hat, weil die Band fertig gemacht wurde, ihre Fans fertig gemacht wurden und du hast vehement deinen Kopf gegen den Wind gehalten, hast du dich gefragt, ob sich dieser Aufwand denn finanziell lohnt? Ja. Aber die Onkels setzen sich zusammen und sagen, ey, neue Lieder für unsere Fans zu machen, das lohnt sich finanziell nicht. Scheiß auf die. Leute, was haben wir zusammengehalten für diese Band, damit die uns sagt, wir kriegen zu wenig Kohle von euch, ihr konsumiert nicht finanziell erfolgreich. Verpisst euch, ihr kriegt einen Scheiß, ihr kriegt keine neuen Lieder mehr. Leckt uns am Arsch. Ganz ehrlich. Ja, ich finde die Musik weiterhin geil und ja, ich werde wahrscheinlich weiteres Material von den Onkels kaufen. Ja, ja. Aber nichtsdestotrotz geht mir diese Aussage, diese Einstellung der Band gegenüber den Fans richtig auf den Sack. Ja, jetzt weiß ich auch schon gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Vielleicht hätte ich vorher ein Protokoll schreiben sollen. Naja, ich hoffe, ihr habt ein Protokoll jetzt mitgeschrieben. Können wir noch Gonzo zuschicken. Man kann sowas viel geschickter ausdrücken, viel geschickter. Man würde einfach sagen, Leute, die Onkels, das ist in Deutschland so eine ganz kleine Musiklegende geworden und wenn wir neues Material rausbringen, ey, wir glauben, wir müssen damit was richtig Starkes rausbringen. Gut, jetzt sind wir 60 Jahre alt. Ich hoffe, wir kriegen da noch genug Material zusammen, dass da mal wieder was richtig, richtig Starkes auf den Markt geschmissen werden kann. Lassen wir uns überraschen. Lass mal gucken, was die Zeit mit sich bringt. Das wären zwei, drei Sätze gewesen. Die hätten den Weg dazu geebnet, um zu sagen, okay, es kommt tatsächlich kein neues böse Onkels Album mehr raus. Es ist nur zum Guten für die Band bzw. auch für die Fans, damit man weiterhin als kleine Rocklegende in Deutschland agieren kann und keinen Scheiß auf den Markt schmeißt. Ja, solche internen Sachen sollte man auch gar nicht ausplaudern. Manchmal ist es wirklich besser, besser die Schnauze zu halten. Auch zu wissen, wann man die Schnauze halten muss. Ja, ich habe wahrscheinlich auch ganz viel gesagt, wo ich denke, ich hätte die Schnauze halten müssen. Ja, aber warum sollte ich es machen, wenn die es nicht machen? So, ganz einfach. Also halte ich jetzt auch nicht meine Schnauze. Findet ihr diese Begründung bzw. diese Einstellung dieser Band auch völlig daneben wie ich? Oder ihr sagt, Wick, toll, jetzt hast du dich aufgeregt, Mann. Hoffentlich geht es dir besser, aber ey, ich sehe das hier völlig anders als du. Lasst uns mal austauschen. Ich bin gespannt, wie ihr die Sache seht. Es gibt auch viele, die sagen, ey, ich bin schon bei der Neugründung der Onkels. Das war vor knapp zehn Jahren, meine ich, da war ich schon raus. Da war ich schon raus, ne? Leute, lasst uns mal hier so ein bisschen austauschen in den Kommentaren. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze seht. Mir geht es jetzt wieder gut. Ich habe mein Whisky und ich habe wieder zu lachen. Und ey, Mann, danke, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt. Ey, stopp, stopp, stopp. Gerne abonnieren, wenn du auf Rock und Metal stehst, Mann. Das ist dein Channel. Solche Videos mache ich gerne und öfter und haste nicht gesehen. Und zum Beispiel schmeißt Bon Jovi ein neues Album auf den Markt. Und Leute, auch wenn mir die neue Single-Auskopplung gefällt, sie zeigt eins. Ich fürchte, die Band wird ein Abziehbild ihrer selbst. Und auch die Band Universum 25, um den Sänger von In Extremo, Micha Rhein und Robert Kepplinger von der Band Eisberecher ihr neues Album präsentieren. Findet ihr am Abspann, wenn ihr mehr Bock auf Rock und Metal Diskussionen habt. Ey, Leute, macht euch einen geilen Abend. Bis bald, euer Weg von Medachemie.